Das ist die arme Kuh in Ruhe. Ich kann den kaum halten. Ich kann meinen Hund kaum halten. Das ist selten. Wir laufen einfach mal hinterher. Mal gucken, wo es hingeht. Jacqueline? Oh, beinah. Ja, schön, halte ich noch an mir fest. Komm hinterher, wie soll ich ihn hinterher sein? Nein, wir gehen nicht hinterher. Nein! Mein Hund ist völlig fertig. Komm! Kommen! Wie können wir denn jetzt bereit sein? Niemand, es wird schon jemand merken, dass da eine Kuh fehlt. Reicht jetzt! Beinahe ist aber noch losgelassen, oder? Ja. Ja. Oh nein, die Arme. Sie hat keine Freunde. Haha, sie hat keine Freunde. Doch, guck mal, die stehen alle da. Die Kuh ist am Züchsten. Ich will mich nicht mehr wissen. Und ich will mich nicht mehr machen. Vielen Dank.